ich möchte die nächsten gut 30 minuten nutzen um über literaturwissenschaftliche psychologische und philosophische perspektiven auf demenzielle erkrankungen zu sprechen außerdem soll es wie man am titel ablesen kann auch um elefanten gehen und was es mit diesen elefanten auf sich hat möchte ich als erstes erläutern es gibt in der alten weisheitsliteratur eine geschichte die in unterschiedlichen varianten kursiert aber ungefähr so geht es gibt einen könig und dieser könig versammelt alle wissenschaftler an seinem hof und schickt sie dann in einen dunklen raum und sagt in diesem dunklen raum befindet sich ein elefant und ich möchte dass ihr in diesen dunklen raum geht und mir beschreibt nachher was ein elefant ist und die wissenschaftler gehen also alle in diesen raum aber der elefant ist so groß dass sie alle nur einen teil dieses elefanten zu fassen bekommen also einer bekommt den fuß zu fassen jemand anders den rüssel jemand anders die seite und so weiter und so fort und dementsprechend fallen dann nachher auch die beschreibungen der personen aus also jemand der den bein zu fassen bekommen hat sagt ja ein elefant das ist so ein großes rundes ding so zylinderförmig und so weiter und so fort diese geschichte lässt sich natürlich auf unterschiedliche arten und weisen deuten mir scheint sie als einleitung für den heutigen vortrag ganz gut geeignet aus mehreren gründen zum einen weil demenzielle erkrankungen aufgrund des mit ihnen assoziierten verfalls von sprache und gedächtnis so eine gewisse phänomenale rätselhaftigkeit an sich haben und so eine tendenz sich dem zugriff von außen zu verschließen so dass das so ein bisschen ist wenn wir uns mit demenzen beschäftigen als würden wir einen elefanten in einem dunklen raum betasten und zum anderen ist es für mich auch noch meine gelegenheit darauf hinzuweisen dass wenn ich jetzt literaturwissenschaftliche philosophische und psychologische perspektiven skizziere der anspruch nicht ist den ganzen elefanten zu beschreiben sondern vielleicht den rüssel die beine und die flanke des elefanten einen facette das ganzen die ich nicht beleuchten kann oder nicht beleuchten werde ich werde immer global von demenziellen erkrankungen sprechen es gibt gründe die dafür sprechen es gibt aber durchaus gründe auch die dafür sprechen würden weiter zu differenzieren und darauf hinzuweisen dass also eine alzheimer demenz etwas anderes ist als eine frontotemporale demenz aber ich behandle das alles mal unter dem selben überbegriff für den zweck dieses vortrags mein ausgangspunkt für die folgenden betrachtung ist eigentlich in zwei richtungen ausgerichtet zum einen gibt es wenn man in den öffentlichen diskurs schaut und auch zb in die art und weise wie über demenzielle erkrankungen innerhalb der psychologie gesprochen wird eine tendenz zu dem was ich medikalisierung nennen würde das heißt eine tendenz dazu demenzielle erkrankungen als eine neurodegenerative krankung erkrankung des gehirns zu beschreiben und nur als solche also es ist überhaupt diese wichtigkeit dieser perspektive dann nicht in frage gestellt aber es gibt zumindest zwei aspekte die ein bisschen untergehen meiner meinung nach und auf die ich nachher noch genauer zu sprechen komme um das eine ist eine wie sie jetzt mal nennen möchte subjektive perspektive also die frage wie fühlt es sich eigentlich an an einer demenz erkrankt zu sein und die andere perspektive dass demenzielle erkrankungen natürlich niemals nur die erkrankte person betreffen sondern immer auch zum teil seit jahrzehnten etablierte sozial und beziehungsgefüge und eine zweite tendenz die meiner wahrnehmung nach in den letzten jahren eher im abnehmen begriffen ist die man aber trotzdem noch antreffen kann ist die tendenz ohne weitere tiefere reflexion davon auszugehen dass demenzielle erkrankungen zu einer art depersonalisierung führen also zu einem verlust des personen seins der individualität und der lebensgeschichtlichen tiefe was dann manchmal in so formulierungen gipfelt wie dass man sagt demenz ist eigentlich so etwas wie eine rückkehr in die kindheit also in einen kindlichen zustand mit diesem letzten teil möchte ich auch beginnen und zwar sprechen eben über die philosophisch psychologische perspektive auf demenzielle erkrankungen ich möchte zu dem zweck auf ein modell zurückgreifen dass ich zumindest heuristisch an der stelle interessant und aufschlussreich finde und das ist die unterscheidung die man recht häufig in der literatur findet zwischen einem minimal self und einem extended self oder einem experiencing self und einem remembering self einem narrative self dahinter steckt die idee dass wir sozusagen zwei selbste haben eines das das momentane augenblickshafte erleben grundiert und dann noch ein weiteres dass uns eine reflektive bezugsnahme auf uns selber ermöglicht indem wir erzählend auf uns selbst bezug nehmen und die klassische idee oder die einfache idee die man im hinblick auf demenzielle erkrankungen findet ist zu sagen dieses remembering self ist das jenige was in demenziellen erkrankungen schritt für schritt abhanden kommt bis nur noch sozusagen ein experiencing self übrig bleibt das aber auch keine tiefe hat und gegen beide darstellung oder intuitionen kann man so ein paar einwände geltend machen die ich hier kurz präsentieren möchte zum einen ist diese idee dass das remembering narrative self verloren geht in der dem in demenziellen erkrankungen gar nicht so absurd weil demenzielle erkrankung nun mal sprache und gedächtnis betreffen es gibt aber zumindest zwei beobachtungen die mir an der stelle wichtig erscheinen die eine beobachtung dass eigentlich sehr viele oder fast alle menschen auch bis sehr spät in sehr späte phasen demenzielle erkrankungen hinein immer wieder lichte momente zeigen also momente in denen sozusagen zumindest das frühere person sein wenn man das jetzt mal so sagen möchte wieder aufscheint und der zweite punkt es gibt studien die zeigen dass so sehr tief in der person verankerte daseinsthemen also themen die sozusagen existenziell die eigene person grundieren auch in einem sehr fortgeschrittenen krankheitsstadium noch vorhanden bleiben können das zu der einen seite und zu der anderen seite eigentlich nur relativ kurz es gibt eben diese tendenz dieses experiencing self oder minimal self als ein lebensgeschichts befreites selbst zu sehen und nur kurz anschließend an die publikationen hierzu von thomas fuchs und michela sommer gibt es eben die idee zu sagen dass wir ein leibgedächtnis haben dem auch unsere lebensgeschichte eingeschrieben ist und dem mit dem wir unsere lebensgeschichte dann auch zum ausdruck bringen können ein ganz kurzes beispiel vielleicht ich habe mich vor einiger zeit mit einem ehemaligen nachbarn von mir unterhalten bei dem eine nahestehende person an demenz erkrankt war und ich habe ihn gefragt erkennt die dich eigentlich noch wenn du ins altenheim kommst und die antwort war das kommt darauf an was du mit erkennen meinst also sie hat nicht mehr gesprochen sie konnte den namen nicht mehr sagen aber er hat gesagt er hatte den eindruck dass sie auf ihn auf seiner ganz unmittelbar körperlichen ebene anders reagiert als die person zum beispiel reagieren würde auf die pflegekräfte die dort gearbeitet haben also das wäre so ein beispiel für leibgedächtnis an der stelle ich möchte die klammer um diese philosophisch psychologischen perspektiven an der stelle schon zu machen und weiter marschieren zu den anderen dimensionen die mich mir vorgenommen habe und zwar hatte ich ja schon darauf hingewiesen dass es meiner wahrnehmung nach ein bisschen eine vernachlässigung der sozialen dimensionen gibt bei demenziellen erkrankungen und mein zugang war mich dem ganzen anzunähern über kreative aktivitäten und zwar kreative aktivitäten von angehörigen oder demenzkranken nahestehenden personen und es ist nun mal so dass das involviert sein mit kreativen tätigkeiten kreativen aktivitäten in verschiedensten kontexten sich als hilfreich erwiesen hat um mit herausfordernden lebenssituationen umzugehen um routinen zu durchbrechen um neue perspektiven auf auf solche schwierigen lebenssituationen zu bekommen und die forschungsfrage die wir uns ganz konkret gestellt haben ist dass es eine reihe von angeboten gibt standardisierte angebote an angehörige von demenzkranken bestimmten kreativen aktivitäten nachzugehen und wir haben nach personen gesucht die das sozusagen abseits solcher standardisierte interventionen tun also die von sich aus theaterspielen gedichte schreiben musik komponieren und so weiter und haben sie interviewt und haben sie nach ihren erfahrungen befragt ich werde gleich kurz die die ergebnisse einmal zeigen die zumindest die hauptergebnisse unserer untersuchung insgesamt haben wir sieben interviews geführt mit acht personen und haben dann versucht die wirkungen die erlebten wirkungen die die personen geäußert haben in unterschiedliche kategorien einzuteilen und das ein bisschen greifbar zu bekommen ich zeige hier die übersicht und gehe die punkte einmal so kurz nacheinander durch um das ein bisschen greifbar zu machen zum einen wird wird das involviert sein in die kreative aktivität als hilfreich oder heilsam erlebt also es ist sozusagen ein ausbruch aus dem alltag ein zusammen sein mit anderen personen und dergleichen mehr dann lassen sich auch rein eine ganze reihe kognitiver und emotionaler wirkungen beobachten also kognitiv in dem sinne dass man irgendwie neue einsichten generiert auf die demenzielle erkrankung ich habe ja auch ein paar zitate mitgebracht aus den interviews ein beispiel wäre so schlimm die demenz bei ihm auch war also dem man mir ist klar geworden dass er den größten teil seines lebens in frieden und harmonie verbracht hat und die emotionalen wirkungen gingen so in zwei richtungen entweder so in so eine richtung katharsis also dass ich irgendwie angestrengt war wütend war traurig war durch diese demenzielle erkrankung und die kreative aktivität mir hilft das abzubauen aber aber auch umgekehrt sozusagen dass ich die emotionen die ich überhaupt erlebe tatsächlich verändern und dann noch zwei dimensionen die ich ganz kurz andeuten will die idee war dass ich auch durch diese tätigkeiten irgendwie ich dazu kommen könnte mein verhalten zu verändern also von mir kommend oder dass es auch sein kann dass ich tatsächlich den eindruck habe dass sich bestimmte interaktionen mit anderen menschen verändern seien das jetzt die erkrankten personen selbst oder seien das andere personen im persönlichen umfeld warum erzähle ich das weil wir diese ganze geschichte noch eine ebene weitertragen wollen es wird jetzt im herbst wenn alles gut geht ungefähr mitte oktober eine ausstellung geben an der universität regensburg an der ich früher gearbeitet habe und an der wir die kreativen produkte sozusagen der personen die uns in den interviews zur verfügung standen ausstellen wollen und das mit einem mehrfach geschichteten zweck also zum einen hat es was natürlich von wissenschaftskommunikation dass wir unsere ergebnisse nach außen präsentieren wollen gleichzeitig soll es auch eine möglichkeit sein für die personen die bei uns mitgearbeitet haben in den interviews mitgearbeitet haben ihre eigene perspektive zu präsentieren und die auch als solche als vollwertige eigene perspektive stehen zu lassen und gelten zu lassen die idee ist dass wir dann eben den den fokus auch noch ein bisschen größer machen also wir planen da eine podiumsdiskussion zum beispiel zur eröffnung der ausstellung wo wir dann ins gespräch kommen wollen mit den personen die die ausstellung besuchen wir wollen auch die stimmen die wir haben durch die personen die wir interviewt haben möglichst noch erweitern durch gedanken wahrnehmungen von personen die die ausstellung beobachten und wenn es uns gelingt das ganze dann sozusagen vielleicht auch noch über journalistische begleitung ein bisschen breiter zu streuen dann glauben wir dass wir damit schon viel gewonnen hätten jetzt gehe ich davon aus dass ich es nicht alle schaffen werden nach regensburg zu fahren und diese ausstellung zu besuchen deswegen habe ich zwei beispiele von personen mitgebracht damit sie sich so ungefähr ein bild von dem machen können was da passiert bild ist eigentlich auch ein ganz gutes stichwort also was in der ausstellung zum beispiel gezeigt werden wird ist dieses bild hier von jura hübner und ich will zu dem bild gar nicht viel sagen sondern ihn selbst zu wort kommen lassen mit der art und weise wie er dieses werk kommentiert er sagt während des malprozesses war ich auf eine bizarre weise mit meinem großvater also das war in diesem fall die die erkrankte person verbunden und durchlebte viele schöne momente mit ihm ständig sind neue facetten seiner persönlichkeit und erinnerungen in mein gedächtnis geschossen und ich war in einem regelrechten rausch dass ich gewisse dinge plastisch vor mir hatte und darauf aufbauen und somit tiefer in meine erinnerungen eintauchen konnte war sehr hilfreich nicht nur der prozess sondern auch das fertige bild hat mir sehr geholfen mir in erinnerung zu rufen wie ich mich an meinen großvater erinnern möchte und was ihn für mich ausgemacht hat und weiter jede geometrische form jetzt als genauere kommentierung des bildes jede geometrische form im bild steht für eine andere facette meines großvaters wie ich ihn in erinnerung habe festgehalten sind so unter anderem charaktereigenschaften hobbys eigenarten gesten kleidung menschen in seinem leben aber auch spezielle erinnerungen an ihn wie gemeinsame jagdausflüge oder orte wie eine ecke im kachelofen seinen lieblingsplatz im winter da mich das thema geschlechtlichkeit zum zeitpunkt seines todes stark interessiert hat sind die meisten kategorien in weiblich kreise männlich dreiecke und neutral rechtecke unterteilt beziehungsweise bei gegenständen deren abstrahierte form ich lasse das mal so ganz kurz auf sie wirken und zeige ihnen jetzt gleich noch ein zweites beispiel einer zweiten person von der ich zwei beispiele mitgebracht habe nämlich von lutz landwehr der uns zum einen eine klavier komposition zur verfügung stellt die ich ihm jetzt aufgrund der kürze der zeit nicht live vorspielen kann das heißt wir müssen uns an der stelle mit dem kurzen kommentar zu diesem stück mit dem titel dauern begnügen dauern ist ein klavierstück in dem ein und dieselbe akkordfolge ständig variiert erscheint einzelne töne der dreistimmigen struktur ändern dabei fortwährend ihre dauer kaleidoskop artig verschiebt sich so das ursprüngliche modell das geschehen ist aber auch der zellteilung in einer petrischale vergleichbar wir betrachten etwas wie von außen etwas prozesshaftes ist im gange wenn ein menschen eine irreversible krankheit trifft stellt sich geradezu zwingend die frage nach dem dauern dem andauern von zuständen es entsteht ein höchstmaß an verunsicherung wieder mit umgehen wieder mit leben eine zweite perspektive von ihm selbst ist eine erzählung die ich zumindest in kurzen ausschnitten hier einmal wiedergeben möchte ich lese vor wo war nur anna es hatte keinen sinn nach ihr zu rufen mühsam richtete sie sich auf dieses sofa war so unbequem wo war nur ihr bett hingekommen immer nahmen ihr das bett weg dabei hatte sie so gut in ihm geschlafen aber dieses sofa als anna das zimmer betrat war die mutter ruhig ihr weißes haar lag geordnet in den kissen blick war zur decke gerichtet vielleicht hatte sie sich getäuscht und die mutter hatte sie gar nicht gerufen fast erleichtert wandte sie sich zum gehen denn erst vor einer stunde hatte sie sich zu ihr ans bett gesetzt und war wie so oft in sinnloses fragen verfallen möchtest du aufstehen mama möchtest etwas trinken oder eine kleinigkeit essen wie fühlst du dich aber da war nur dieser dumpfe blick gewesen als verstünde sie nicht was man zu ihr sagte gerade als anna das zimmer verlassen wollte hörte sie die mutter ein einziges wort sagen hart aber anna wusste nicht was sie damit anfangen sollte blickte sich nur einmal um und kehrte an ihren schreibtisch zurück falls es aus dem kurzen textausschnitt noch nicht klar geworden sein sollte also es gibt in diesem textabschnitt sozusagen kursiv gesetzte passagen nicht kursiv gesetzte passagen und die kursiv gesetzten passagen modellieren die perspektive einer an demenz erkrankten person und die nicht kursiv gesetzten passagen geben sozusagen die die perspektive der tochter wieder zu diesem werk möchte ich gerne drei kommentare machen weil es ein guter übergang ist gleich zu der literaturwissenschaftlichen perspektive wir sehen hier zum einen den versuch diese perspektive einer an demenz erkrankten person zum modellieren darzustellen und gleichzeitig sich eine perspektive darzustellen die eben nicht innerlich leer ist sondern in der es gedanken gibt in der es empfindungen gibt und eine wahrnehmung der welt gibt und was wir auch sehen ist die kommunikative schwierigkeit zwischen mutter und tochter die aber nicht nur von der an demenz erkrankten person ausgeht sondern auch von der tochter die sozusagen unfähig oder nicht in der lage ist die signale der mutter richtig zu deuten oder wahrzunehmen oder die welt wahrzunehmen die sich eben hinter diesem einen wort hart verborgen hat das bringt mich zu der allgemeinen frage welche möglichkeiten literatur bieten kann um demenz um den uns fremden zustand einer demenziellen erkrankung zu erkunden ganz kurz zum allgemeinen hintergrund es gibt wenn man in die forschung schaut die these dass literarische demenz darstellung vor allem deshalb spannend und interessant sind weil sie eine möglichkeit bieten können zu versuchen sprachlich fassbar zu machen was sich dem zugriff der sprache zu entziehen droht und eine zweite wichtige bemerkung es geht nicht nur um mimesis also um nachahmung eines zustandes sondern die idee ist dass literatur natürlich über so eine nachahmung hinaus die durchaus auch eine rolle spielen kann auch weite assoziations und resonanz räume auf spannen kann die dann dabei helfen können über demenzielle erkrankungen nachzudenken es kommt eigentlich recht schön in diesem zitat hier zum ausdruck die zeitgenössische literatur eignet sich in besonderem maße etablierte vorstellungsmuster zu hinterfragen und zu erweitern weil sie sich dem thema demenz auf künstlerisch transformiertem wege nähert dazu zwei bemerkungen es ist natürlich klar dass auch in literarische demenz darstellungen zeitgenössische diskurse eingeschrieben sind und man sich auf zeitgenössische diskurse bezieht gleichzeitig ist aber auch die idee dass literatur eben darüber hinausgehen kann und sozusagen sich quer verhalten kann zu bestimmten gesellschaftlichen diskursen und sich auch freimachen kann von sozusagen starken normativen perspektiven also man muss jetzt nicht demenz als eine einen radikalen verfall darstellen man muss demenz aber auch nicht romantisieren sondern man kann eben vielleicht in literatur alle zwischenstufen und unterschiedlichen möglichkeiten auszuleuchten versuchen ich möchte das ganz konkret einmal vorführen an zwei erzählungen von Ulrike Dresner mit denen ich mich auseinander gesetzt habe die eine trägt den titel ichs heimweg macht alles alleine und ist 2006 erschienen die andere trägt den titel ichs heimweg macht alles allein und ist 2011 erschienen wie man an den titeln schon ablesen kann sind die erzählungen sich relativ ähnlich also es gibt in der in der fachliteratur auch die deutung es handele sich eigentlich um ein und dieselbe erzählung nur dass die eine nämlich die frühere die längere fassung ist und die spätere ist eine gekürzte fassung der früheren erzählung was ich versucht habe plausibel zu machen uns hier aber nicht im detail weiter beschäftigen muss ist dass man diese beiden erzählungen tatsächlich auch als voll gültige eigenständige erzählungen lesen kann weil sie nämlich sehr unterschiedliche akzente setzen in der früheren erzählung geht es darum demenz als einen zwar einerseits radikal anderen von unserem normal zustand unterschieden zustand zu charakterisieren gleichzeitig aber auch als ein zustand mit einer eigenen würde und in der zweiten geht da ist da liegt der fokus viel stärker auf dem beziehungs geschehen das in dem konkreten fall diese erzählung dann in vereinsamung und vereinzelung mündet sie sind herzlich eingeladen sich diese erzählungen im original anzuschauen aber auch weil wir das in der zeit nicht machen können versuche ich einen ganz kurzen abriss damit sie den folgenden überlegungen folgen können zum einen sind beide erzählungen gegliedert in zwei teile im ersten teil spricht die an demenz erkrankte person die entweder sara oder sophie heißt je nach erzählung und im zweiten teil spricht ihr mann hans und was beide erzählungen auch gemeinsam haben ist es ein unerhörtes ereignis gibt es ungefähr so geht dass sara sophie auf das dach des gemeinsamen hauses geklettert und von dort abgestürzt ist und da beginnen aber schon die divergenzen also in der früheren erzählung gelingt es dem ehemann sie aufzufangen nach dem sturz während die formulierungen in der späteren erzählung suggerieren dass sie bei dem sturz vom dach gestorben ist es gibt nur um das ganz kurz anzudeuten in den beiden erzählungen wenn man sie nebeneinander hält eine reihe weiterer divergenzen ich hatte schon angedeutet die eine erzählung ist kürzer als die andere die personen charakterisierung unterscheiden sich ein bisschen und es gibt in der früheren erzählung eine anzeige zum verkauf eines hauses die zwischen die beiden teile geschaltet ist und diesen teil gibt es also in der späteren erzählung nicht möchte ein paar bemerkungen machen zu den einzelnen teilen also zu dem ersten teil in dem die an demenz erkrankte person spricht und zu dem zweiten teil in dem der mann spricht um so einen ungefähren eindruck zu bekommen habe ich hier den beginn der früheren erzählung mitgebracht der lautet so die sonne im winter die sich biegenden straßen das gemachte wir das weiß ich noch und weiß dass ich es weiß es war leicht herein zu kommen keine schwelle oder doch eine tür aber erst als ich sich umdrehte da war ich schon drin und dann wieder das licht wolken am himmel schafe will ich denken aber ich denkt rauch ich wisch das fenster frei es ist so glatt durchsichtig als wäre es nicht da und manchmal ist es nicht da und dann wieder das licht das licht auf den steinen wie ein stein ist ich herein gerollt keine schwelle welle ich hört das wasser es ist der bach bach in den rohren das haus und in dieser art und weise geht dieser erste teil dieser erzählung also man könnte sagen es handelt sich um so eine art stream of consciousness der an demenz erkrankten person und man kann das ist der eindruck den ich hatte beim ersten lesen und das ist der eindruck den auch meine studierenden hatten wenn ich ihnen in einem seminar diese erzählung vorgelegt habe man kann das gefühl haben dass das sehr schwer zu durchdringen ist zu verstehen ist was da eigentlich vor sich geht und das einem erst der zweite teil der erzählung in dem der erkrankte mann spricht ein verstehen oder annäherung an verstehen dieses ersten teils ermöglicht und an dieser deutung ist gewissermaßen was dran aber ich möchte sie trotzdem in mehrerlei hinsicht infrage stellen und glaube dass es auch theoretisch wichtig und interessant ist zum einen was wir gerade schon gesehen haben ist die erzählung schon die frühere erzählung phasenweise in verse gesetzt und in der späteren gekürzten fassung ist der ganze erste teil sozusagen in verse gesetzt was eben andeutet dass es sich hier nicht um reste vielleicht von sprache handelt sondern eigentlich um ein poetisches sprechen einen poetischen ausdruck einer einer innenwelt eine zweite perspektive die man sich anschauen kann es gibt in dieser ersten in dem ersten teil der erzählung zahlreiche verweise auf kinder und volkslieder und jetzt kann man ganz mimetisch gedacht sagen ja ja das kennen wir ja aus demenziellen erkrankungen dass menschen sich auch in einem fortgeschrittenen krankheitsstadium oft noch an texte an melodien aus ihrer frühen jugend erinnern können die sehr tief in sie eingeschrieben sind also hat die autorin sehr gut gemacht hat hier sehr gut diese die eine demenzielle erkrankung nachgebildet aber es gibt zumindest noch eine weitere dimension nämlich wenn man sozusagen diesen intertextuellen verweisen nachsteigt die es in diesem text gibt dann ergeben sich neue perspektiven die dieser perspektive der erkrankten person noch mal zusätzlich so eine tiefen schärfe und genauigkeit verleihen ganz kurz angedeutet ein text oder ein volkslied das eine rolle spielt ist odu lieber augustin das ist ein text der sich mit den mit der pest epidemie in wien beschäftigt und das auf eine weise tut in der sich sehr viel galgenhumor mit hinein mischt und in der es gleichzeitig so eine hoffnung gibt dass es so ein großes finales fest doch noch geben möge und wenn man möchte kann man natürlich diese diese perspektive diesen diesem volkslied auf scheint auch wieder inkorporieren in die deutung der der perspektive der an demenz erkrankten person was mich eben zu der schlussfolgerung führt dass man diese volkslied verweise nicht nur als mimetische struktur oder mimetische strategie sehen sollte sondern eben vielleicht als eine möglichkeit auch diesem zustand der an demenz erkrankten person in dieser erzählung noch näher zu kommen und dann gibt es noch einen dritten punkt nämlich dass der ehemann zwar uns die perspektive des ehemanns uns dabei hilft die erzählung besser zu verstehen aber gleichzeitig der ehemann selbst extrem überfordert ist von der erkrankung seiner frau das zeigt sich an an mehreren dingen zum beispiel daran dass hans eine ansteckungsangst ausspricht in seinem in seinem teil also er hat irgendwie angst sich an der demenziellen erkrankung seiner frau anzustecken das ist so eine semi paranoide angst die auch halb durchschaut auf die ich gleich auch noch mal zurückkomme es gibt dann außerdem noch so zahlreiche reminiscenzen an ein buch von max frisch in dem die hauptperson auch an dem demenz leidet was dann manche dazu führt zu sagen ja vielleicht ist nicht nur die frau dem ent sondern ist der mann auch schon auf dem weg in die demenz und ich glaube dass man gar nicht so weit gehen muss aber einfach konstatieren kann dass sich in gewissem sinne der mann tatsächlich mit demenz angesteckt hat bei seiner frau und zwar weil er eben durch diese grundlegende umwerfung der existierenden beziehungsstruktur von überforderung vereinzelung bedroht ist und weil auch die interaktion gestört ist ganz ähnlich wie in der erzählung von lutz landwehr wo die interaktion nicht funktioniert was auch daran liegt dass sozusagen die signale der frau nicht richtig gedeutet und richtig gelesen werden das heißt diese erzählung von ulrike dresner zeigen demenzielle erkrankungen auch noch mal in dieser sozialen dimension also als eine eine erkrankung die immer auch beziehungsgefüge betrifft und das ist vielleicht so der letzte clue den ich machen möchte den vorgang den wir als lesende erleben also dass wir zuerst einen verrätselten zustand vor uns haben bei dem man geneigt sein kann das für irgendwie gebrabbelt zu halten für ungeordnete äußerungen zu halten und wir sozusagen erst dann über genaueres nachdenken über den text dazu kommen diese perspektive zu verstehen das ist vielleicht auf einer gewissen weise das was man performativ auch tun muss wenn man die perspektive einer real an demenz erkrankten person verstehen möchte auch da liegt vielleicht der der verdacht oder die erste intuition nahe zu sagen ja da ist nichts mehr alles was da noch kommt ist irgendwie ungeordnet bedeutungs arm aber vielleicht so wäre die perspektive hier steckt da vielleicht doch noch mehr drin wenn man die signale wenn man die zeichen richtig zu deuten weiß das bringt mich zum abschluss noch einmal zu dem elefanten und zur zusammenfassung dass ich eben versucht habe jetzt hier auf den elefanten demenz zumindest ausschnittshaft philosophische psychologische und literaturwissenschaftliche perspektiven zu werfen auch das natürlich nur in ausschnitten wer das noch einmal genauer nachlesen möchte sei auf die aufsätze verwiesen die ich zu dem thema geschrieben habe hier mache ich in punkt und freue mich auf eure und ihre fragen dankeschön auf die frage reich aus Vielen Dank.